Sonnige Grüße heute aus Robben. Alles ist so schön geschmückt mit den ganzen Blumen und Pflanzen hier. Jeder hat seine ganzen Töpfe schön bepflanzt. Auf den Tischen sind überall Blumen. Wir haben hier ein Festival, wo so kleine Stände sind und die Leute Blumen und Pflanzen verkaufen. Dann richtet sich natürlich jedes Restaurant danach. Schaut mal, was hier los ist. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und das ist jetzt Ende April. Ist das nicht irre? Echt verrückt. Und so schön. Immer wieder schön hier. Vorne ist der Markt. Da gibt es die Pflanzen und auch noch ein bisschen weiter dahinter. Da habe ich noch nie Marktstände gesehen. Oh, das riecht und duftet hier überall. Also mit Hunger herfahren, macht es nicht. Oder ihr müsst direkt essen gehen. Gott sei Dank ist ja alles offen. Ist das nicht schön? Oh Gott, was habe ich für ein Glück, dass wir hier wohnen. Oder nicht weit entfernt. Also dann, kommt einfach her, genießt das schöne Wetter, das Flair, das gute Essen, das Meer und die Sonne. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.